Der DAX ist ganz offensichtlich nicht in bester Verfassung, zumindest mal nicht aus bullischer Sicht. Wir müssen damit rechnen, dass es weiter nach unten geht. Damit erzähle ich euch nichts Neues, das hatte ich gestern schon angedeutet. Nochmal ganz kurz hier ein wichtiges Zwischenhoch, nämlich von Anfang Juni, 5. Juni hier, da waren wir auf der Oberseite unterwegs und das ist ein nicht optimales Zeichen, dass wir da jetzt ran gelaufen sind. Gibt es noch eine Überlappung oder gibt es noch keine Überlappung? Naja, also hier sieht es noch nicht nach Überlappung aus im Future. Allerdings dürft ihr nicht vergessen, wir haben hier diesen Kurssprung und dieser Kurssprung ist entstanden natürlich aus dem Future-Kontraktwechsel eigentlich der DAX. Wir können mal rüber schalten, mal gucken, was der zu erzählen hat. Wenn wir den uns anschauen, dann sehen wir nämlich, dass wir da diese Überlappung schon haben. Das ist der aktuelle DAX-Stand 16.019 und damit sind wir schon unter diesem Hoch, was wir vom 5. Juni hier hatten. Also insofern ist das nicht die beste Situation aktuell für die bullische Seite, denn wir wissen, dass jede Kursüberschneidung eher etwas negativ einzuschätzen ist. Wenn wir ein wenig rauszoomen oder uns das Ganze im Größeren angucken, dann können wir noch mal uns vor Augen halten, was wahrscheinlich zumindest mal ein sehr realistisches Bild jetzt aktuell ist, nämlich, dass wir noch mal irgendwo in dieser Ecke hier runterkommen. Das halte ich für im Moment relativ typisch. Ich will nicht sagen, dass das unmöglich ist. Stichwort wäre Leading. Dann müsste das Ganze hier vorne ungefähr so aussehen. Das ist ein Leading. Sieht fünffällig aus, gibt Kursüberschneidung hier. Das sieht man hier jetzt nicht so sehr. Ich habe es nicht sauber genug gezeichnet. Da hat die Kurve etwas geglättet, aber vielleicht habt ihr das so halbwegs im Hinterkopf. Allerdings wissen wir, dass die Wahrscheinlichkeiten für solche Leading statistisch gesehen nicht sehr, sehr hoch sind. Die liegen bei ungefähr oder unter 15 Prozent. Also insofern sollten wir jetzt nicht sagen, es ist mit Sicherheit ein Leading. Davon können wir ganz sicher ausgehen. Also insofern keine so perfekte Situation. Zumindest mal nicht, wenn man sofort will, dass der Kurs nach oben will. Wenn man aber sagt, naja gut, ein bisschen Luft müssen wir ihm ja auch mal lassen. 15.600, 15.700 jetzt auf den Index gerechnet wäre doch auch noch in Ordnung. Wenn ihr damit leben könnt, dann würde ich sagen, die Position kann man durchaus halten. Ein bisschen tiefer dürfte es durchaus gehen. Wir hatten das letztens Jahr ein bisschen intensiver schon mal ausgerechnet, wo das ungefähr hinführen kann. Wir können das nochmal so ein bisschen hier in die Fibonacci-Relation bringen. Also vom tiefsten Punkt entweder bis dahin oder bis dahin gerechnet. Das spielt nicht eine ganz große Rolle. Das hängt davon ab, ist das noch Teil des Aufwärtsarms, hier die letzte Welle sozusagen, oder ist das hier das und das ist Teil der Korrektur, so wie ich das jetzt gezeichnet habe. Aber wenn ihr nicht sicher seid, könnt ihr auch einen Mittelwert nehmen, einfach um das so halbwegs abzudecken. Denn die Zielzone der Korrektur, die ist ja auch nicht millimetergenau, aber 38%, 50%, 61,8%. Das wäre die klassische Zone mit einer ganz guten Chance, dass wir vielleicht schon im oberen Bereich auf die Unterstützung kommen. Denn wir haben hier mehrere Unterstützungslinien ungefähr auf diesem Niveau, wo ich sage, vielleicht hört er da schon auf mit dem Fallen. Das wäre so die erste Zielmarke für dieses Short-Szenario, will ich gar nicht so richtig sagen, aber für das vorläufige Abwärtsszenario. Warum nicht Short-Szenario? Weil ich im Moment daraufhin jetzt keine Short-Position unbedingt eröffnen möchte. Wenn ich eine Short-Position eröffne, dann bräuchte ich zumindest mal irgendwas, ein Anzeichen, um günstig reinzukommen. Das wäre Schub runter, wackelig nach oben. Wenn das der Fall ist, dann gehe ich natürlich super gerne nochmal Short. Aber ihr seht, ich brauche diese Korrektur dafür. Ohne die mache ich nichts. So ähnlich wie hier auf der Aufwärtsseite, Schub hoch, wackelig auf der Abwärtsseite. Das wäre so etwas, was dafür geeignet wäre. So in der Richtung könnte das hier entsprechend ebenfalls aussehen. Wovon ich eher nicht ausgehe, ist, dass wir hier massiv auf der Unterseite durchgehen. Das hängt auch ein bisschen mit der vorangegangenen Korrektur ab, die wir hier hatten. Hier sieht man noch so das Endstück. Also das müsste eigentlich jetzt eine kleinere Korrektur sein, um richtig toll bullisch zu sein. Das heißt so 15.100 idealerweise nicht mehr durchstoßen. Also bevorzugte Ecke irgendwo hier oben. Die große, die etwas größere Richtung nach unten eben auch noch 15.200 und dann so langsam zum Erliegen kommen. Das wäre etwas, was ich mir ganz gut vorstellen könnte. Na gut, also insofern jetzt nicht gerade das bullischste Bild. Im Gegenteil, vorläufig wohl eher die Abwärtsseite und der Intraday-Chart hier 15 Minuten. Der lässt das durchaus vermuten. Tja, jetzt nicht unbedingt massiv auf der Long-Seite im Kurzfristigen gehen. Wenn ihr im Längerfristigen sagt, so ein Rücksetzer kann ich aushalten. Alles gut. Dann setzt ihr die Stops unter die von mir genannten Marken. Wenn ihr sagt, damit kann ich gar nicht so richtig was anfangen. Dann solltet ihr überlegen, schneller rauszugehen. Insbesondere, das wäre für mich dann auf jeden Fall ein Grund, ernsthaft auch den Stop nachzuziehen. Das ist ja ein Short-Trigger, den, den ich eben angedacht hatte, wenn das passiert. Naja, aber wenn das ein Short-Trigger ist, kann ich da ja auch meinen Stop, wo auch immer ich ihn aktuell liegen habe, da hinziehen, um vorläufig Positionen zu schließen. Es ist vorläufig, denn auch wenn der Kurs bis zu diesen genannten Marken, also zum Beispiel 15.700 oder so was, 600 runter geht, halte ich es für realistisch, dass wir anschließend weiter nach oben gehen. Wir haben ja immer noch die 18.000 noch nicht abgearbeitet. Also ich bin nicht wirklich bärisch, aber kurzzeitig und diese Videos am Nachmittag haben ja einen kurzzeitigen Charakter. Ja, kurzzeitig sieht das zumindest nicht nach der Long-Seite aus und deshalb die Orientierung hier. Für die kürzerfristigen Überlegungen vielleicht nochmal ein Zwischenshort. Wenn er da so ein korrektives Muster, so ähnlich wie wir das hier jetzt haben, wenn er das macht, dann auf jeden Fall. So, ist das denn für alle Märkte so? Wie sieht es bei den Kollegen aus in Amerika? Das sollten wir uns mal angucken. Da haben wir eine interessante Situation, die ist aber noch spannender beim S&P und beim Nasdaq gewesen. Die werde ich euch da gleich nochmal kurz vorstellen. Aktuell sind wir auch hier in der Abwärtsbewegung unterwegs. Das sollte uns hier ebenfalls nicht so sehr stören. Es hat sich also eigentlich nicht so arg viel getan im großen Bild. Wir hatten die Tage häufiger mal darüber gesprochen. Auch hier kann man tiefster, höchster Punkt messen und so zur groben Orientierung dann hier das entsprechende Zielfeld mal einzeichnen. Es ist natürlich denkbar, dass er jetzt, ich mache das nur als Idee, damit ihr so ein bisschen nachvollzieht, wie wir da ticken. Das, was wir hier als Abwärtsbewegung bisher haben, sieht ja noch relativ dynamisch aus. Es ist nicht abwegig, dass das sich nochmal zweiteilt und dann erst später dahin führt, sprich, dass ich das gnadenlos zu kurz gezeichnet habe, dass das noch ein bisschen länger wird. All diese Bewegungen, wenn die so in die Richtung aussehen und in diese Zielbereiche 34.100 geht das so langsam los. Also wenn ich so arg weit mehr von entfernt, die Unterseite 33.500 oder 450 irgendwie. Das ist jetzt nicht millimetergenau auf diese Levels hier bezogen, sondern es geht um die Größenordnung, wo typischerweise Rücksetzer sind. Alle Rücksetzer in diese genannte Zone wären noch nicht der Killer für die bullische Seite. Das ist ein kurzzeitiges Short-Segment. Im Prinzip vermutet vergleichbar mit sowas hier. Nur einfach eine Nummer größer oder wenn ihr sagt, wie jetzt größer, gibt es auch. Ja, wir können mal auf den Stundenchart gehen. Dann seht ihr, hier habt ihr nochmal eine Nummer größer. Also der Anstieg, der war ja eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann hatten wir hier eine Nummer größer. Hier war es ganz kleine Rücksetzer. Und hier wäre jetzt quasi wieder eine Nummer mittel, also größer als die, kleiner als die zu erwarten. Also insofern, das wäre denkbar. Für die übergeordneten Bullen wäre hier wahrscheinlich die 78er Marke eine interessante Stopp-Marke. Erstens mal, weil die 78er statistisch gesehen eigentlich nicht mehr unterschritten werden sollte, wenn das passiert. Zumindest mal ist dann die Statistik deutlich benachteiligt. Und solange wir über der 78er bleiben, hätten wir auch den Effekt, dass diese Korrektur, die wir hier hatten, größer ist. Denn wir wollen ja hier eigentlich eine kleinere haben. Und wenn wir hier die 78er reißen, dann hätten wir eine größere, gleich große oder größere wie diese hier. Und das ist eigentlich nicht, was wir da haben wollen. Also größer als die soll es denn nicht sein. Also insofern, rechnet mit dem Rücksetzer noch irgendwie in diese Zone, auch wenn ihr übergeordnet Bullish seid. Erst wenn er da drunter geht. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass er runter geht. Es kann sogar viel tiefer gehen. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Viele haben die Erwartungshaltung. Ja, du musst doch jetzt wissen, was in der Zukunft passiert hier. Und viele haben die Erwartungshaltung, sag uns jetzt ein Szenario, welches das wird. So funktioniert Traden nicht. Ich weiß, so wünscht man sich das. Nee, komm, sag uns doch mal eins. Aber so funktioniert das nicht. Sondern wir müssen gucken, welche Szenarien gibt es. Welche sind statistisch häufig genug, dass sie relevant sind zur Überlegung. Und an welchen kann ich entscheiden, dass das eine oder das andere nicht mehr so typisch ist. Wann fängt bei den Leuten die Panik an, die Sorge an oder ernsthafte Bedenken. Und wann drehen die ihre entsprechenden Positionen. Und das ist eben alles, was bis hierhin ist, killt noch nicht die wirklichen Bullish Spirit. Erst wenn er da runter geht. Das ist ungefähr, was haben wir da gesagt? 33.100, die 78er Marke. Wenn er da drunter geht, dann müssen wir damit rechnen, dass viele sagen, ich glaube, ich schließe mal lieber. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt passiert. Da ist noch mehr Platz. Und aus meiner Sicht zumindest mal öffnet, dass die Tür nochmal unter 31.500 hier irgendwie sowas in die Richtung. Und da muss man das sich ja nicht unbedingt noch aussetzen. Dann kann man sich diese Punkte zumindest da nochmal sparen. Also ihr seht, es ist nicht die Vorhersage, was als nächstes passiert, sondern die Überlegung, wie gehe ich mit der jeweiligen Situation um? Und wer so einen Rücksetzer nicht mag oder nicht mag, dass es mal zwischendurch runter geht, der muss halt seine Stops immer relativ eng hinterher ziehen. Aber das habe ich so häufig schon erzählt. Das müssen wir an dieser Stelle nicht mehr breittreten. Gucken wir mal, was der S&P macht aktuell. Denn da hatte ich eben schon eine interessante, machen wir mal die alte Skizze hier weg. Jetzt habe ich hier eben schon mal was eingezeichnet. Und da war ich eben eigentlich schon mal drauf und dran, euch gegebenenfalls sogar einen Trade vorzuschlagen, der mir ganz gut gefallen hat. Vielleicht erahnt ihr das schon, wenn ihr das jetzt hier seht. Die Idee war die folgende. Wir haben starken Schub nach oben. Wir hatten ABC in die Mitte rein. Hier wäre der Trigger gewesen für die Longseite. Er hat es nicht getriggert. Er ist weiter nach unten gegangen. Also insofern ist es kein Thema. Ansonsten wäre das zumindest mal die Chance hierfür mit Chance auf vielleicht sogar noch weiter. Aber zumindest erst mal die Fortsetzung. Das heißt, die Marktteilnehmer hatten eine Situation, wo sie sich gegebenenfalls schon mal haben vorbereiten können für die Longseite. Das heißt, sie hatten das Angebot, sie hätten es nur noch ergreifen müssen. Die Marktteilnehmer haben aber gesagt, nein, machen wir lieber nicht. Das ist kein so gutes Zeichen. Das bedeutet, dass selbst wenn man ihnen mal eine Moorrübe vor die Nase hält, die nicht mehr ergriffen wird. Das heißt, die Bullen sind im Moment nicht sehr hart unterwegs und sagen, wir greifen auf. Alles, was nur annäherungsweise nach Bullisch aussieht, das haben wir in diesem Fall nicht. Ganz kurz zur Orientierung. Nochmal gehen wir in das übergeordnete Bild. Machen wir so vier Stunden jetzt hier. Das ist noch mal in Relation bringen. Die letzte größere Rücksetzerbewegung war diese hier. Also was ähnliches können wir hier auch erwarten. Also rechnet damit, dass wir ohne weiteres. Also das ist quasi Mindestzielgröße schon mal irgendwie sowas wie diese Korrektur hier zu erwarten haben. Also da solltet ihr jetzt nicht wirklich in Panik geraten. Also bis 4350 in etwa wäre das noch ein normaler Rücksetzer im ähnlichen Rahmen wie das, was wir hier haben. Also alle Rücksetzer, das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem, was ich beim DAX und beim DAO gesagt habe, obwohl das Bild komplett anders aussieht. Aber Rücksetzer in dieser Größenordnung sind keine Killer für die bullische Seite. Es kann sein, dass der Aufwärtsarm komplett fertig ist und wir uns als nächstes bei 2000 wiedersehen. Keine Sorge, das ist jetzt nicht meine zwingende Erwartungshaltung. Es ist denkbar, dass das passiert. Aber es kann immer alles passieren und deshalb ist das nicht so eine sinnvolle Aussage. Allerdings bis dahin ist das bullische Bild absolut noch normal. Nehme ich einfach die nächste Korrektur in dieser Größenordnung nach dem nächsten Anstieg hier. Also da sollten wir noch nicht in Panik oder in Rage geraten. Vielleicht ist es sogar ein bisschen kleiner als das. Das ist ja die letzte größere Korrektur. Wenn es eher diese ist, ist es sogar kleiner. Aber ihr könnt euch mal merken, also bis 4360 in etwa oder was das hier unten die Unterseite ist, solltet ihr nicht jetzt wirklich große Sorge haben im Sinne von um Himmels Willen. Das ist jetzt eine Katastrophe. Das ist völlig okay. Was mir natürlich lieb wäre, wenn der Weg darunter möglichst korrektiv, das heißt mehrwellig mit Überschneidung oder dreiwellig ist. Beides ist okay. Das wäre mir am liebsten. Womit ich am wenigsten glücklich wäre, wäre, wenn der Kurs jetzt tatsächlich in einem Rutsch bis darunter geht. Dann ist nämlich schnell der Verdacht da, am Ende wackelt der nur hoch und dann geht es sogar noch tiefer. Und dann müssen wir schon wieder gucken, wie vergleichen wir das mit vorangegangenen Korrekturen. Bleibt das dann da oder geht es nicht sogar noch deutlich tiefer, wohin auch immer. Also ihr seht, vorläufig ist der Rücksetzer noch keine große Gefahr. Man sieht allerdings auch an dem Intraday-Verhalten, dass die Marktteilnehmer kein Strohhalm ergreifen aktuell im Sinne von komm, lass uns doch mal da schnell machen, sondern man versucht hier möglichst seine Position dann schnell zu schließen. Wir hatten eine ähnliche Situation hier. Ich kann auch hier mal auf so einen Intraday-Chart nochmal gehen. Das ist der Nasdaq. Auch hier hatten wir so ein bisschen die Situation mit Schub hoch, fallend, fallende Hochs hier, alle hoch sind hier fallend. Also nach der Korrektur ist nie getriggert worden. Man hätte es machen können, wollte es aber offensichtlich nicht. Man ist immer noch in der Abwärtsrichtung unterwegs. Wenn ihr hier Intraday heute, das gilt natürlich für alle Indizes, vielleicht eine wackelige Aufwärtsbewegung wie hier, vielleicht wie hier, da sieht man es nicht so deutlich bekommt, dann ist nochmal die Überlegung, nochmal vielleicht so einen kleinen Zwischenschort zu machen. Wenn ihr das denn mögt. Insgesamt allerdings die gesamte Bewegung nach unten auch noch nicht so richtig mega impulsiv. Deshalb mache ich mir auch noch nicht so richtig die großen Sorgen. Also richtig impulsiv wäre wie ein Stein fallend. Das war hier so ein bisschen, hatte man vielleicht den Verdacht, die Vermutung, die Sorge. Da haben wir das allerdings im Moment ein bisschen aufgeteilter hier. Also insofern würde ich das noch nicht wirklich überdramatisieren. Gehen wir mal ganz kurz auf den etwas übergeordneten Chart, damit wir das auch nochmal hier so ein bisschen in die Größenordnung reinbringen. Das war also der Anstieg, den wir hier jüngst hatten. Ziehen wir das mal so halbwegs in eine vernünftige Größe. Und die letzte größere, also wir haben hier mehrere kleine gehabt. Die letzte etwas größere Korrektur war da. Diese hier, das war im März, April irgendwie, die wäre ja durchaus mal wieder fällig. Und wenn wir die mal so halbwegs mal hier versuchen zu einzufangen von der Größe, dann wäre das hier in diesem Sinne, dann wäre die Unterseite hier unten vielleicht bei 15.000 circa. 14.900, sagen wir mal so. Das ist die Unterseite. Das heißt, bis dahin ist eh alles safe. Das Doofe ist, wenn das massiv oder deutlich unterstrichen, wenn das unterschritten wird, dann ist davon zu rechnen, würde davon auszugehen, damit zu rechnen, dass dann vielleicht die nächste größere Korrektur, das ist die gewesen im Februar, dass die passiert und die würde sogar das Türchen nochmal aufmachen bis 14.300. Also ihr seht, im Moment, ich bin ein Teilzeit-Bär aktuell. Im Moment sehe ich die besseren Chancen auf der Abwärtsseite. Im Übergeordneten allerdings bin ich nach wie vor bullisch. Solange wir diese Marken nicht durchstoßen haben, ist die Welt für mich im Großen noch in Ordnung. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir deshalb günstige Einstiegspunkte nochmal kriegen auf der Unterseite oder ob man nochmal zwischendurch einen Short macht. Das kann natürlich immer passieren. Deshalb achtet ein wenig darauf, wenn ihr im kurzfristigen Aktiv seid. Jetzt mal zum Abschluss gehen wir mal hier auf den 5-Minuten-Chart, um die Intraday-Gedanken nochmal im Blick zu haben. Stellt euch vor, der wackelt jetzt hier nochmal ein bisschen hoch. Dann hat man da vielleicht nochmal die Chance, ein Zwischenschort zu machen, so wie wir das immer wieder hier seht. Ihr seht das stark hoch, wackelig runter. Nochmal die Fortsetzung. Hier umgekehrt stark runter, wackelig hoch. Auch so ähnlich wie das hier ist zum Beispiel vor der Spitze. Dann wären das eben kleine Zwischenschorts für unsere Intraday-Freunde. So, in diesem Sinne drücke ich euch für heute erstmal alle Daumen. Ich hoffe, dass ihr damit gut zurande kommt. Ich hoffe, dass ihr viele schöne Gewinne vielleicht im Kleinen vorläufig jetzt erstmal mitnehmt, falls ihr das Große laufen lassen wollt. In diesem Sinne euch erstmal alles Gute und liebe Grüße.